Ja, das war eine schöne E3. War ganz gut heute, ne? Ja. Ah, dass dieser Jochen immer im Chat ist, das ist schlimm, ne? Ja, Jochen, ey. Den kann ich auch nicht. Der geht mir auch so auf den Sack, ne? Der geht mir so auf den Sack. Gut, dass wir nicht mehr live sind, ey Jochen. Ja, echt. Also, er hat ja gestern auch gesagt, ja, muss ich... Das ist auch immer, ne? Ja. Das ist Hammer. Ich habe gesagt, muss... Ey, das dauert nicht mehr... Er hat gesagt, muss ich mit vor die Kamera und... Dauert nicht mehr lang, ey, da muss man nicht... Und als er dann gesagt hat, ne? Ja. Als er dann gesagt hat, nee, als wir gesagt haben, nee, heute muss nicht vor die Kamera, ne? Ja. Da war auch... Hammer, ne? Ja. Der war direkt auch angefressen, ne? Das merkt man auch. Das ist immer ganz gut so, ne? Das ist irgendwie total... Auch heute wieder, ne? Das muss gar nicht, ey. Ich... Alles sitzt gestern, was macht er? Er kommt hier rein heute Morgen und nimmt seinen Rechner raus. Ich sage noch, um vier, sage ich noch, so, wir müssen das aber noch vorbereiten. Ja. Und dann überall seinen Kaffee stehen lassen. Das nervt mich auch am meisten. Da muss Georg mal echt einen Machtsport sprechen. Das ist der schlechteste Praktik, den ich je hatte. Das stimmt. Der Jochen. Oder gestern, weißt du, mit der einen Sache da, wo Jochen da so, so, äh, du weißt, ne? Das fand ich auch völlig daneben. Das ging, also es ging gar nicht. Ja. Und auch immer seine Ausrede, ne? Mit dem Kind, ne? Ja. Ich muss nach Hause zu meinem Kind. Wenn du mal auf sein... Ja, alles klar. Erzähl doch mal was anderes. Hast du mal was Neues, ey? Das ist... Denk dir doch mal was anderes aus. Hammer. Sag immer die Ausrede mit dem Kind. Ja, ich muss jetzt nach Hause zu meiner Frau. Und dann guckst du auf sein Steam-Profil. Dann spielt er wieder diese... Spielt Counter-Strike-Souls. Ja, genau. Weißt du? Und dann, ja. Das ist echt... Jochen ist so einer, ne? Da weißt du auch nicht, ey. Da weißt du nicht? Auch nicht, ne? Da weißt du nicht. Ne. So, Lennart, dann machen wir Feierabend, ne? Dir einen schönen Urlaub. Ja, danke, ne? Wir sehen uns in einer Woche, ne? Am Montag. Dienstag bist du wieder da, ne? Ja. Okay, hau rein, ne? Bis dann. Tschö. Tschüss.